Nach den Käfig-Eier-Demos vor zwei Jahren haben Konsumenten sich endlich in ihrer Eierhaltung gespiegelt. Wieder rein! Wir wollen rein! Wir wollen rein! 30 gibt's zurück. Dankeschön. Tschüss, schönen Tag noch. Das Lächeln, tschüss. Danke. Plastik News. Förderung von Forschungsprojekten und Maßnahmen unter anderem zu nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten. Überdenke deinen Konsum! Unser Konsumverhalten berücksichtigt bislang nur unzureichend die planetaren Grenzen. Spannende Geräusche Eigelb enthält mehr Eiweiß als Eiweiß. Die Welt ist am Arsch. Seit dem 1. Januar 2022 darf in Deutschland kein Eintagsguten mehr wegen seines Geschlechts getötet werden. Mit einer Größe von 1,6 Millionen Quadratkilometern, dreimal so groß wie Frankreich, befindet sich der Müllstrudel zwischen Hawaii und Kalifornien. Chicken Facts statt Chicken McNuggets. Hühner können über 100 verschiedene Gesichter ihrer Artgenössen erkennen. Überdenke deinen Konsum! Pro Jahr landen in Deutschland 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Das heißt, im Schnitt wirft jeder Bundesbürger pro Jahr 81,6 Kilo weg. Chicken Facts! Auch Hühner haben Träume. Europäische Eier nach Afrika verschifft. Durch europäische Subventionen ist das Halten von Hühnern in Afrika zur Gewinnung von Eiern wirtschaftlich nicht mehr haltbar. Europa etabliert Steuervergünstigungen für Investoren statt Sozialprogramme und setzt auf Agrarimporte und intensive Exportlandwirtschaft anstatt kleinbäuerliche Produktion für den einheimischen Markt zu fördern. Wir brauchen Eier! Mehr Eier! Wir brauchen Eier! Mehr Eier! Heute werden die wildlebenden Eier in grünen Wiesen und an efeu bewachsenen Bäumen gefunden. Sie dürfen glücklich in ihren Nestern verweilen. корочеinnen und Ger tuttoاخest. ス lieferen W mondo iner edel多f etc. darunter 50,000 9re 4 1 9 N